Grüß dich! Heute haben wir mal ein anderes Programm als der Standard Tristencheck. Und zwar sind wir in der Skischule in Gagelen und meine Mitarbeiterin Sophie lernt mit Skifahren. Grüß dich! Sophie, wie findest du es bis jetzt? Total schön. Ich habe eine super Skilehre und die Bedingungen sind auch top. Ja, schau mal, wie weit man heute noch kann. Ich habe das Gefühl, wir landen heute noch der Ski für das Gagelen. Yes! So, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind ja Gagelen auf dem Berg. Sophie hat zwei Fortschritte gemacht, dass wir aus dem Anfängerteil auf den Berg hochfahren können. Und wir fahren jetzt gleich mal ihre erste blaue Piste. Sophie, bist du motiviert auf deine erste blaue Piste? Ja sicher, ich bin mal gespannt, wie es wirkt. Ja, ich bin auch gespannt. Aber ich glaube, sie schlägt dich wahnsinnig gut. Und wie du sagst, es gibt im Unterfu extrem viele Möglichkeiten, für Anfänger und den Wiedereinsteiger das Skifahren wieder zu lernen. Natürlich von Snowboarden. Natürlich lassen wir den Pistencheck heute auch nicht zu kurz kommen. Es ist relativ warm heute in den Berg, durch das schmilzt der Schnee leider schon ein bisschen. Aber im Allgemeinen lässt sich selber auch schon sehr griffig und gut verarbeiten. In Gagelen zum Beispiel sind noch zwei Talabfahrten geöffnet, also steht noch einen ganzen Tag voller Skivergnügen nichts im Weg. Ferti! bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.